Ahoi ihr Lieben, Kanarenkreuzfahrten und kein Ende, das hätte das Motto für diesen Sommer sein können, aber von wegen, denn es tun sich langsam aber sicher neue Fahrtgebiete auf. So geht's für AIDA Perla und die Mein Schiff 2 nach Mallorca. Das und mehr gibt's jetzt. Keine Frage, die Kanaren sind schön und perfekt für Kreuzfahrten. Seit dem Wochenende sind die Kanaren nicht mal mehr Risikogebiet, nur schreckt die Flugzeit von etwa 5 Stunden doch einige ab. Und so war es natürlich auch das Ziel von AIDA und TUI Cruises, ein neues Fahrtgebiet für die AIDA Perla und die Mein Schiff 2 zu finden. Aktuell sind ja beide noch rund um die Kanaren unterwegs. Ab Mitte Juni startet die Mein Schiff 2 zu Kreuzfahrten ab Mallorca. Angelaufen werden sollen nur spanische Häfen. Dort kann man Ausflüge mit der Reederei machen. Auch die Reise von den Kanaren nach Mallorca wird buchbar sein. Das ist allerdings schon alles, was bisher bekannt ist. Weitere Details werden erst in Kürze erwartet. Für Mallorca wäre das jedenfalls der erste Anlauf eines Kreuzfahrtschiffs mit Gästen seit März 2020. AIDA Cruises wird schon ein bisschen konkreter. AIDA Perla startet ab dem 10. Juli in Palma de Mallorca. Angeboten werden bis Ende Oktober zwei einwöchige Reisen im Wechsel. Eine Route mit Cadiz, Malaga, Katagena und Barcelona und eine zweite Route mit Alicante, Ibiza, Valencia und ebenfalls Barcelona. Also auch auf diesen beiden Reisen liegen nur spanische Häfen. Buchungsstart ist in zwei Wochen. AIDA hatte ja nun die Griechenland-Saison mit AIDA Blue schon bis Ende Oktober angekündigt. Jetzt hat TUI Cruises die Griechenland-Saison ebenfalls bis Ende Oktober verlängert. Was dabei überraschend ist, für die Reisen ab 9. Juli wird kein bestimmtes Schiff aus der Flotte mehr angegeben, sondern die Reederei behält sich vor, das endgültige Schiff erst vier Wochen vorher mitzuteilen. Die Reederei hat nun die Option, die Mein Schiff 5, die seit einer Woche in Griechenland unterwegs ist, auszutauschen. Oder, zweite Option, sollte die Nachfrage nach Griechenland-Kreuzfahrten sehr groß sein, könnte man hier natürlich künftig sogar auch mit zwei Schiffen fahren. Ja, und wo wir gerade bei der Mein Schiff-Flotte sind. TUI Cruises-Chefin Wiebke Meier hat in einem Interview mit RTL.de einen Ausblick gewagt, wie künftig der Umgang mit geimpften Gästen sein könnte. Aktuell haben Geimpfte ja noch keinen Vorteil und müssen auch einen Covid-19-Test vor der Reise machen. Früher oder später könnte dieser Test für Geimpfte möglicherweise entfallen, kündigte die Chefin an. Auf die Frage nach einer Impfpflicht für Gäste sagte sie, jetzt zu Beginn wollen wir ganz bewusst allen, die Urlaubsbedürfnisse haben, ein breites Angebot machen und schließen daher niemanden aus, bieten das für alle an. Aber wenn das Impfgeschehen in Deutschland so weitergeht, dann ist es perspektivisch durchaus vorstellbar, dass wir auch in einem Gebiet ein Schiff haben, wo wir gemischte Gästegruppen haben und dann vielleicht auch ein Schiff haben, wo wir nur Geimpfte darauf haben. Da sind aber erstmal nur allererste Überlegungen. Hier wurde noch nichts entschieden. Gute Nachrichten gibt es so langsam auch wieder für Fans von Flusskreuzfahrten. Los geht es in dieser Woche auf dem Duro in Portugal, beispielsweise mit Viva Cruises. Mit Kreuzfahrten in Deutschland wird der Düsseldorfer Veranstalter Anfang Juni wieder starten und auch Herr Rosa hat bereits angekündigt, im Juni wieder zu starten und so wird es sicher auch bei den anderen Veranstaltern sein. Zum Teil finden die Reisen so statt, wie sie ursprünglich geplant waren. Teilweise gibt es aber auch Umrutungen oder neu aufgelegte Reisen. Selbst Viking, der größte amerikanische Anbieter von Flusskreuzfahrten, wird ab Juli auch wieder amerikanische Gäste auf seine Schiffe in Europa bringen, unter anderem auf den Rhein. Nachdem AIDA und TUI Cruises an diesem Wochenende ab Kiel mit Kreuzfahrten ohne Hafenanläufe starten, ist MSC ein Überraschungskuh gelungen. Die Schweizer Reederei kündigte vollumfängliche Kreuzfahrten ab Kiel mit der MSC Seaside an. Los geht es im Juli und vollumfänglich bedeutet in diesem Fall, dass durchaus auch Häfen angelaufen werden, und zwar Stockholm und Visby in Schweden und Tallinn in Estland. Gebaut wurde die MSC Seaside ja in erster Linie mal für Karibikkreuzfahrten in Miami und andere warme Fahrtgebiete. Da wird die Ostsee wohl nicht ganz mithalten können. Die World Voyager ist ja das neue kleine Kreuzfahrtschiff auf dem deutschen Markt von Neko Cruises. Nach den ersten Reisen rund um die Kanaren hat Neko Cruises nun ein neues Fahrtgebiet für das Expeditionsschiff aufgetan. Das Schiff fährt ja unter portugiesischer Flagge und da lag es gar nicht so fern, die Azoren anzusteuern. Die Azoren sind ja eine autonome Region von Portugal und die neuen Reisen sind um die zwei Wochen lang und sind sicherlich auch spannend für Gäste, die schon vieles auf der Welt gesehen haben. In diesen Monaten gehört die Maske an Bord von Kreuzfahrtschiffen noch dazu, aber das ändert sich bereits hier und da. Celebrity Cruises hat für die Neustartkreuzfahrten im Mittelmeer und in der Karibik angekündigt, dass die geimpften Gäste keine Masken mehr tragen müssen. Außerdem sollen sogar Landgänge auf eigene Faust wieder möglich sein, wenn die Zielländer entsprechend mitspielen. Royal Caribbean hatte große Pläne für das neueste Schiff aus der Meierwerft in Papenburg. Die Odyssey of the Seas sollte erstmals Kreuzfahrten ab Israel anbieten. Aufgrund der Unruhen im Nahen Osten wurde das Ganze aber kurzfristig gestoppt und die Reisen wurden abgesagt. Die Odyssey of the Seas soll nun ihre Premieren-Saison in Florida fahren. Wann das ist, ist aber noch unklar. Ein bauehähnliches Schwesterschiff ist ja die Quantum of the Seas, die ohne Hafenanläufe zurzeit ab Singapur fährt. Auf sehr niedrigem Niveau steigen zurzeit in Singapur allerdings die Corona-Zahlen und daher gelten auch für Kreuzfahrtschiffe neue Regeln. Sie dürfen erstmal nur mit maximal 25% Gästen fahren. Und das Essen und Trinken in Restaurants und Bars an Bord ist erstmal verboten. Beides muss entweder mit auf die Kabine genommen werden oder vom Room Service gebracht werden. Und zum Schluss noch ein bisschen was, was es so in dieser Form so bisher auch noch nicht gab. Im nächsten Jahr geht die Disney Wish aus der Meierwerft ja auf ihre erste Reise und dort gibt es eine ganz besondere Suite. Dazu muss man wissen, der vordere Schornstein ist bei allen Disney-Schiffen immer eine Attrappe. Und da lag es ja nah, diese Attrappe auch mal irgendwie sinnvoll zu nutzen. Und so wird der Schornstein künftig die Wish Tower Suite beinhalten. Keine Frage, exklusiver kann man wohl kaum auf einem Kreuzfahrtschiff auf der Welt wohnen. Denn das war es, das Kreuzfahrt-Update. Das Wichtigste aus der Kreuzfahrt-Welt aus einer Woche. Kompakt in einem Video und das mal wieder in einer unglaublich nachrichtenstarken Woche. Das ist wirklich der Wahnsinn. Die letzte Ausgabe hatte ich ja testweise auch mal auf Facebook, Instagram und LinkedIn ausgespielt. Aber wenn ich mir dann die Zahlen so angucke, dann denke ich, es funktioniert hier auf YouTube mit wirklich mit Abstand am besten. Von daher gibt es das Kreuzfahrt-Update weiterhin erstmal nur hier. Ja, ja, über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen und denkt wie immer daran, tut mir einen Gefallen, vergesst es nicht. Es ist wichtig, dass wir die Momente, die wir vermissen, nicht vergessen. Denn was jetzt nicht möglich ist, wird wieder möglich sein.